das mit dem countdown mit den command blocks haben sie schon cool gemacht kleck mal nicht mal ein bisschen ich renne direkt die großen treppen auf dann die mitte zu rennen und sie meistens nicht schon der erste tod gehst du nachher rechts rum alles klar ich sehe schon eine kiste die ich habe schon mal ein boot das hilft viel wieso wenn du boot hast kannst du schon gar maßaxin überall unter uns ist wasser geht noch brauchst du not wenn du warst hinter uns sind menschen keine waffe ich leck mich so ich sehe gerade gar nichts und total normal mehr arbeitsspeicher kauft kannst du ja war ein bisschen hoch schrauben also ich bin hinter dir irgendwer hat mich gerade gehauen das bin ich nicht und ich habe ein schwert schwerte schon mal kein schlechter anfang ja wo es leckt wieder massiv ich komme nicht mehr bei mir aber gerade auch stiefeletten hat er schon ich habe eine hohe nicht schlecht jetzt geht's ab da kannst du gleich anfangen zu fahren musst du aufpassen es wird kalt hilfe schnell raus ja ich sehe nichts dann bist du gerade gestorben ich habe gerade ein schwert bekommen man nicht immer so und was die aufgabe man weiß es nicht also du musst schafer aus den gegnerischen camps klauen wie klaue ich das töten einfach oder sattel auswählen und dann rechtsklick drauf und dann in dein camp zurück tragen gelb ist mir zu stark da gehe ich nicht schon mal drei leute da rot ist nur einer jay jay wirst hier monhe tot laufen ich hab das ding gar nicht mehr kirke scharf das dauert ja voll viele sekunden bisschen komische spielen ich wollte auch ein bogen haben return sheep to your team pan alter figger das gibt es auch nicht schon wieder gestorben blau schlachtet einfach alle das geht nicht muss man die in die mitte bringen oder zum eigenen stall zurück ich glaube sie spawnen in der mitte und dann musst du sie zu deinem ding zurück ich versuche immer die gegnerischen schafe zu klauen das geht glaube ich auch ja stirb 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 ich bin tot killt you with a wooden sword da könnte auch stehen killt you with a blech spoon lieb 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 so wieso haue ich meine schafe ich wollte mein scharf zurückkommen ging irgendwie nicht profi hat immer wie sagt blau 5 da stimmt irgendwas nicht vor allem wie kommt er ein komisches spiel ich hab wen gekillt klasse typ der typ hat ein blaues schaf auf dem kopf und beamt einfach weg hallo wenigstens einmal hauen stirb halt hallo ich renne hier total verwirrend um ihn rum und er stirbt nicht geht ja mal gar das hat er zwei mitgenommen das geht ab alter wie viele schafe kann ich tragen ich habe schon ein scharf verkehr ich weiß nicht mehr wo ich überhaupt herkommen ich laufe glaube ich gerade in die komplett falsche richtung das könnte ein problem sein na toll ich habe gar kein scharf auf dem kopf f5 modus funktioniert nicht sterb gelb ja schön gut gemacht weg mit dem schaf schlag das scharf doch nicht das arme doch doch yes oh scheiß team kamerad von dir da der ist voll gay ich glaube auch nein der ist homophob so was sagt man nicht ach so ich bin ja grün glaubst du gerade schafe von grün oder nein aber mein kumpel mag das scheinbar nicht so dass ich da auf ihm rumhau ich treffe ihn gar nicht ich glaube friendly fire ist off wir haben gewonnen super ja hättest du das mal aufgenommen ich habe nicht mehr habe ich ja aber ich sehe ja nicht also haben wir gewonnen ich weiß es nicht ja schon du hast gewonnen tatsache ja laber nicht die anderen waren halt besser als du schlecht warst das sehe ich in der aufnahme nachher das stimmt doch ich glaube zumindest vorne ganz lange ok 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 ich habe auch nicht wesentlich kleiner die merken auch lauf mal schlafen mal hinter dich ich glaube hinterher das ist eine gute richtung glaube ich und jetzt habe ich überholt und ich habe schon einen fall schaden genommen gut 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 ja macht nichts einmal übers wasser ich habe ein kompass das schon mal gut zwei kisten direkter kann es leckt wieder wie sau und ein butter schwert ich finde es übrigens furchtbar wenn die trelle jemand potter nennt das macht mir gar nichts er hat es einen tunnel durch den berg durch da gehen wir doch mal hin guck mal du bist der nächste spieler ist ja sehr hilfreich oh hinter uns ist auch einer mit dem steinschwert oh war gar kein steinschwert ich habe einfach mal in die luft ausgeholt weil es geleckt hat oder hast du ein steinschwerter aufgesammelt sehr gut brauchst du das oder? nö behalt ich habe nur gedacht ich habe eins gesehen und da hatte ich nur holzschwerter gesammelt so wenn wir jetzt einen bogen hätten wäre geil ja ich habe auch einen fall ich habe neun das war wohl nicht so toll da durch den berg zu gehen herrscht irgendwie gar nichts mehr brauchst du futter? äh ne ich habe vier brot alles klar geh mal da zum segelschiff auf deiner rechten segelschiff? ja was siehst du das segelschiff? rechts 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 bist du das nicht? bist du doch hier wie kommst du? achso das ist ein segelschiff sehr schlechte bilder hier ach schade hier waren sie schon das ist aber normalerweise ist hier mehr als eine Kiste scheiße ok auch schon leer ja mal in die Häuser reingehen und dann da hinten die Treppe hoch oh hier ist oben jemand drin ich komm ich komm ich komm stirb man stirb nicht ohne mich getötet uhuhu der hat einen haufen zeug ok ein haufen zeug irgendwas sinnvolles? ähm buttermesser noch ein paar Rüstung falls du es brauchst ganz viel her hast du das alles aufgesamt? euch ja Ah ja Gold hab ich leider keinen Phaaser ja und kekse guck dich mal dann kann der kompass funktionieren 88 meter alles klar in diese richtung tut es da kommt er da kommt der schaden beim springen genommen hallo hat er noch begonnen ich glaube ich habe ihn nicht getroffen also meine aufnahme beweist dass ich ihn getötet hätten müssen wenn er nicht gehackt hätte alles klar also große treppe ist hinter dir ich gehe ich diesmal links rum und ein arschloch irgendwie haut mich da immer einer ich denke das erste mal ist nur wenn du die extra hell verlierst du am anfang kriegst hier hat es leute hier hat es leute der goldachste nicht schlecht der typisch von mir weggelaufen ich habe ihn nicht mehr gesehen ich habe nur ein boot hier hat sie bei wasser ja hat sie auch mal da unten oh komm sterb mann sterb sehr gut dumm 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 du hast zufällig ein iron ingot ne aber gold das bringt uns nicht weiter dumm 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 mut cheimal du hast du du hast du mü du Vielen Dank.